Stell dir vor, du möchtest eine Party feiern, aber du weißt nicht, wen du einladen sollst und wie. Jetzt kannst du Flyer verteilen, wahllos, aber dann weißt du nicht, ob du die Menschen erreichst, die auch Lust darauf haben oder ob sie nur deinen Flyer nehmen und höflich sind und dann weggehen. Die Party, von der ich spreche, heißt OER und die Location ist jede Hochschule. Um eine Hochschule dazu zu bewegen, sich zu einer Kultur des Teilens zu bekennen, kann man so vorgehen, indem man eine OER-Policy entwickelt. Diese OER-Policy ist ein relativ aufwendiges Dokument. Um das zu erleichtern, haben wir ein OER-Policy-Kit entwickelt, wie ein Rundum-Sorglos-Paket, in dem man strukturiert herangeführt wird für Menschen, die an ihrer Hochschule eine Openness-Party feiern wollen, um dann bei diesem Prozess nicht ganz so lost zu sein.